bei Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Das sind die letzten Zufluchtsorte für Makarov und seine Männer. Klingt, als sollten wir an zwei Orten gleichzeitig sein. Unmöglich? Nicht für 1,41. 50-50, dass Makarov ausgeschaltet wird? Price, er bitte Erlaubnis, das Versteck mit Roach einzunehmen. Erteilt. Sob und ich übernehmen Afghanistan. Sehr gut. So schneiden wir alle Fluchtrouten ab. Wir beenden es jetzt. Seltsam. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern beendet. Tja. Scharfschützen in Position. Angriffsteam los. Makarov bei Sichtkontakt angreifen. Roger. Los geht's. Los geht's. Ich bin noch nicht mal aufgestanden. Winterhalt! Peter! Winterhalt! 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 Opa! Sie haben das Gewicht der Maulammeier aufgeklärt! Was ist das? 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 Wie ist das? Was ist das? Vieles! Mindestens 50 Typen, aber kein Zeichen von Makarov! Vielleicht haben wir falsche Informationen. Die Signalität der Information wird sich ändern! Dieses Versteck ist eine verdammte Goldmine. Verstanden. Ghost, lassen Sie Ihren Group alles für einen Einsatzbericht einsammeln. Namen, Kontakte, Orte, alle. Unser WeißGGERV! Makarov kann nirgendwo hin! So soll es sein. Das Evakuierungsteam kommt in ca. 5 Minuten. Holen Sie die Informationen. Shepard, Ende. Coach, starten Sie den Transfer an Makarovs Computer. Ozon, Sie sichern hinten, ich vorne. Los! Bin unterwegs. Sonderkommando, Price hier. Es sind weitere von Makaros Männern eingetroffen. Soap, ich brauche Deckung. Ich schalte den Typen da drüben aus und höre sie mit seinem Funkgerät ab. Ghost, Funkstille für ein paar Minuten. Viel Glück da oben in Russland. Price, Ende. Roach, verbinden Sie die DSM mit Makarovs Computer. Ja, alles gut. Wir gehen nicht ohne die Dateien, Roach. Transfer starten. Ist mir klar. Das ist einer von Augenkommensalter. Roach, verbinden Sie die DSM mit Makarovs Computer. Roach, im Keller ist ein Waffenlager. Bedienen Sie sich, solange es noch geht. Makarovs Leute werden alles versuchen, damit wir die Informationen nicht bekommen. Wir müssen die DSM schützen, solange der Transfer läuft. Waffenvorräte nutzen und falls vorhanden, Claymots platzieren. Defensivpositionen, los! Bereit zum Angriff. Feindliche Helikopter nähern sich von Nordwesten. Bin in Position. Verstanden. Feindliche Helikopter nähern sich von Nordwesten. Wir müssen den Vorgarten sichern. Ich gehe zu den Hauptfenstern. Jemand muss die Zufahrt vermieden und sichern. Roach, platzieren Sie Ihre Claymots um der Zufahrt und kommen Sie zurück zum Haus. Feind neutralisiert. Raketenwerfer nähern sich von Südwesten. Alles klar. Raketenwerfer-Trupp kommt aus Südwesten. Scharfschützen Team 1 an der Griffteam. Feindliche Helikopter nähern sich aus Nordwesten und Südosten. Feindliche Helikopter in 15 Sekunden. Verstanden. 15 Sekunden. Okay, der hat meine Claymots gut weggemacht. Einer weniger. Einer weniger. Einer weniger. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Hm, jetzt kopiert er etwas schneller. Ja. Ja. Ja, ich sehe ihn. 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 Ja. Ja, ich sehe ihn. Ja. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Ja. Ja, ich sehe ihn. Ja. Ja, ich sehe ihn. Ja. Ja. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Ja. Ja, ich sehe ihn. Ja. 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 Ja, ich sehe ihn. 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 Oh man. Wo soll ich mich da fangen zu decken? Ich habe den Rauch festhalten. Handler 2-1, ich habe roten Rauch in den Bäumen gezündet. Handliff auf mein Zeichen. Verstanden, ich sehe den roten Rauch. Beinhalten. Handler 2-1, Feuerfreigabe! Verstanden, Feuerfreigabe. Beschuss, Beschuss. Halt! Halt! Sieg Lake! Halt! Ja Ghost, komm an! Ich hatte seine Flur Instagram. Haben Sie die DSM? Wir haben sie, Sir! Gut, kein Problem weniger. Nein! Der Reich ist sicher. Alle Ziele zerstört. Alles bestätigt. Keine Aktivität entdeckt. 2-6 geht die Waffe in die Polizei. Alter! Dieser Mistkerl, ey! Goals, Mann. Goals, bitte kommen! Ihr Freis! Ihr werdet von Shepherds Leuten angegriffen! So halten Sie die linke Flanke! Shepherds, auf keinen Vertrauen! So runter! Mann, der arme Ghost. So ein guter Dude. Damit würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut da rein! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!